hallo so leute zu einer weiteren folge super mario odyssey aus dem düsteren düsteren new donk city mehr oder weniger denn eigentlich befinden wir uns wenn wir das mal hier kurz dann auch wieder mit dieser röhre machen finden wir uns immer noch auf der dunklen seite des mondes und dort sind überall bilder und alles und pipapo und wir sollten uns das mal anschauen es ist nur wieder hinweiskunst okay da unten geht es aber auch noch um einiges weiter welches wollen wir denn immer mal hier rein ach du schande aua das wollte ich nicht oder das ist schon ganz schlecht jetzt hier da muss ein sprung oh mein gott wie soll das ist ja okay okay am anfang auf jeden fall zu viel schaden gekriegt nein 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 ich wollte die steine mal testen ich kann mit den steinen ja hier was anfangen aber die nur richtig vielleicht hätten wir das gegen die pflanze kicken können okay jetzt können wir kurz den unverwundbarkeitsframe hier nutzen hier rüber zu springen oh god oh sehr nett aua nein das ist nicht sehr nett nein weil sie gerade dahin gerotzt hat ach nö oh nö und nein das wollte ich nicht aber das mache ich erst mal hier noch ja okay das ist natürlich ganz doof da müssen wir schon fast nicht mitnehmen oder ich kriege einen long junk darüber naja probieren wir mal erst mal wieder hier weg mit dir mit dir okay das hat funktioniert no das wollte ich nicht oh nein nein wegen dem kick ich habe keinen kontakt zum boden gehabt keinen bodenkontakt das war schon hart jetzt hier wow danke nein das wollte ich auch nicht oh das kann schon ganz schön ganz schön anstrengend werden ich habe irgendwie das gefühl ich müsste mal alle pflanzen kaputt machen was aber auch ein ziemliches abenteuer wird oder ich muss am ende einfach nur woanders abbiegen ok dann machen wir es halt nicht so josh ach komm wow wow ah die sprünge sind so knapp fangen wir mal drüber fangen wir doch so an hier wollen wir drüber zack haben wir den auch ok das ist schon mal gut ich glaube ich ah da hinten geht es lang ich frage es halt nur ok das ist klar mit einem longjump mit einem longjump nech nie im leben ich muss es versuchen das ist die einzige möglichkeit da hinzukommen und da sollten auch alle samt leicht lang sein ja von den von den teilen ok aua das wollte ich nicht oh ein mond für dich unsichtbarer fahrt geheimnis ok jetzt haben wir mal ein problem ok 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 i take it bin wieder drauf gelandet oh die pflanzen respawn wow wir haben zwei leben wir müssen nur irgendwie da hochkommen ok wir können wirklich an den vorbei ok das wissen wir jetzt das ist schon mal gut dann kommen wir nochmal hier einigermaßen unbeschadet durch das wäre super aleho aua das wollte ich nicht danke aleho wow ah da lenkt man nach oben und er dreht diesen kreis aber ich meine haben wir schon mal den geheimstern was schon mal eine schöne sache ist ich behaupten würde dass der mindestens genauso nervig wow mindestens genauso nervig ist als ob ok no risk no fun ja ok kommt mit der fußspitze da unten rechts dran was war das denn bitte aber man sieht die dunkle seite des modus hat noch einiges wow für uns parat geht weiter natürlich immer wieder diese kante da oh fürchterlich ich würde gerne nochmal mit drei leben hinkommen wow das ist jetzt klar ich habe das gefühl dass das hier jetzt nicht klappen wird ok vergessen den sprung zu drücken bisschen unzufrieden bin ich damit wenigstens ein guter soundtrack ob ich da noch rankomme ok habe ich den schatten komplett vermasselt ok vergessen wir das wir wollen einmal wenigstens mit zwei leben nach hinten ankommen also mit zwei leben an der letzten kleinen pflanze vorbei weil dann sollten wir es ja rein theoretisch gut schaffen ok das ist gut ist mir egal ach als ob wow 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 muss ich auf die drauf stampfen ok das ist hart das wird hart ich glaube ich muss auf die drauf stampfen vor allem ist auch stampfen und dann trifft mich das in der luft wow unschöner unschöner mond unschöner mond sind wir uns da einig ja oder was ist mir das ernsthaft gerade passiert das ist ja sowas von bitter nein nein wow wie soll ich das denn machen muss ich mich wirklich alle drei besiegen mich wirklich alle drei besiegen was wirklich habe ich meinen schalter habe ich auch nirgendwo gesehen habe ich mich trotzdem erst einmal wow erst einmal durch noch mal oben auf die plattform wow okay der sprach ist natürlich schön machbar aber nicht gut stehen geblieben okay da gab es nichts mehr zu retten als ich dann einmal schlecht in der luft war die tankt gerade gift und beißt mich dabei angeblich frechheit wenn ernst vielleicht habe ich keine lust mehr auf die ecke tun wir irgendwann anders nochmal nach 4000 reicht das ist ah unschön was haben wir hier noch ein beißgrund ist okay mal rein schritt ich wieder hoch aber hier haben wir noch eine andere röhre mal schauen wo die hinführt muss ich da wirklich ach das sieht doch schon interessanter aus mal schon ein bisschen hier rum gucken nicht das irgendwo haha 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 Ops. 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 Was denn da oben gewesen? Habe ich hier nochmal hin? Okay. Okay. No. No. Okay. Erstmal hier unten alles snacken. Ja, was kommen wir von hier vorne auch wieder rückwärtig da hoch? Okay. 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 Okay, das war er nüchtern. Ein Mond für dich, Yoshi unter Beschuss. Okay, dann haben wir da noch einen. Okay. Erstmal keinen weiteren da gesehen. Kann natürlich sein, dass wir noch mal irgendwelche... Okay, da ist noch mal einer. Können die was? Okay, ich mach das alles mal kaputt. Okay, okay, okay. How about hier? Kommt der an? Oh, wow. Wow. Okay, das funktioniert nicht. Wo sind die restlichen Äpfel? Okay. Okay, du kannst auf jeden Fall mal das hier. Hier, hinter dir. Was mach ich hier eigentlich? Wenn ja alle... Hoppala, sorry, Yoshi. So, wir haben noch zwei. In Theorie haben wir noch Fragezeichenblöcke, die ich sehe. Hier drunter kann man nicht, ne? Nur hier die Plane rein. Nee. Dann... holen wir uns noch mal hier unten. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Oh! Nochmal wieder du. Mach ich noch hoch. Okay, dann machen wir die noch weg. Okay, dann nehmen wir uns Yoshi wieder. Okay. Dann machen wir die noch weg. Okay, da haben wir alles. Kannst du mal hier kurz... Okay, einmal nochmal am Anfang gucken. Ein Stück nach hinten. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Haben wir, haben wir, haben wir. Ups. Das war nicht geplant. Natürlich nochmal herumdrehen. Vielleicht haben wir hier noch einen Apfel vergessen. Na, da könnte natürlich noch was drin sein. Okay, wir haben ja nochmal ein Herz. Ja, okay. Hier unten. Ich frage, ob unter den Autos was sein könnte. Aber ist halt auch wieder so... Okay, dann schießen wir mal auf die ganzen Autos drauf. Jetzt ist ja unter den Autos noch irgendwas. Nee, hier ist auch nichts. Okay. So. Yoshi? Yoshi? Na, ich muss am Anfang zurück. Awww. So. Ich sehe halt keinen Apfel mehr. Vielleicht habe ich ihn auch schon gesehen. Jetzt übersehe ich ihn nur noch. Ich kann auch nirgends wo in irgendwelche Träger oder sowas rein. Entsprechend, wenn dann hinterm Ziel. Wow. Oder einfach hier. Gut. Aber wir haben es hier sehr genau erkundet. Einen Mund für uns Früchte mal unter dem Schuss. Ja, dann... Tschau, Yoshi! Tschau, Yoshi! Dann düsen wir mal... Äh, hier hoch. Und äh... Ich begebe mich einmal zurück zu Odyssey. Dann werden wir die nächste Folge wieder starten. Und ich bedanke mich, äh, fürs Zuschauen dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal, Leute! Warte nach dem Video, bei einer längeren Folge Mother Odyssey. Gute Ahnung bei meinem Projekt. Bis dahin. Cchau, cchau! Juuuuhuuaua.